ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play assassin's queen 4 ja wie lange machen wir noch auf der ps4 das ist die große frage wenn es dann funktioniert ich werde mir quasi wenn ich jetzt die folge jetzt hier raus habe ich schon die ps5 ja die habe ich seit freitag quasi und also heute ist donnerstag ich werde sie morgen abholen morgen früh ja dann haben wir mal dass vielleicht das display auf der ps5 weitermachen können also muss man auf der ps4 arbeiten aber also wie gesagt jetzt bei assassin's queen black fleck wird es so sein und auch bei fifa wird dann relativ zeit in der der umstieg kommen und dann wird es auch demnächst ein neues projekt auf meinem kanal wo ich so mega drauf gehalten bin und mich darauf freue und es ist ja wie gesagt leider auch schon einige zeit draußen und ich freue mich dass es dann wenn ich anzocken darf aber dazu dann zu dem zeitpunkt es kommt immer tatsächlich sogar schon heute nachmittag nur so nebenbei gerade bis also in vier stunden ist dann premiere aber wie gesagt dazu dann aber jetzt mal gucken wir was weiter am assassin's queen und wir machen hier weiter mit der heutigen mission die heißt die pulververschwörung seht sie an die verräte es macht mich ganz krank wie lange ich horny gott und seine selbstgerechte art hingenommen habe wahrhaftig ihr seid ein mann mit prinzipien captain horny gott ein mann dem ich meine besten ideen anvertrauen kann laube und wir überleben dass charles mit würde und stolz das ist selbstvertrauen hast du einen plan von dem ich wissen sollte na so ist vorbei das ist wohl klar ich sage wir laufen heute nacht aus und treffen uns bei mir na gut was hast du vor die briten brachten ihre vorräte an land stimmt wenn wir etwas pulver und kiefern pech stehlen bauen wir ein feuer schiff schicken es direkt in die blockade und sprengen sie in stöcke nehmen wir ein schiff mein gewissen ist rein gut während du das pulver besorgt beschaffe ich das kiefern pech wir sollen vier pulverfässer stehlen also die sind alle sonst so wie es aussieht bewacht ergo wenn man es tatsächlich erst mal hier so dass es eine holen ich muss noch kurz im überblick schaffen verschaffen weil wir hier ankommen das ist vielleicht nur zuerst ach die sind unter uns ok mal gucken wo die stehen könnten sind hier unten die sind also hier drinnen die fässer alles klar na den na den na den na den wir können sie ja mal warte mal äh sind das beserker dinger ja kann sie das ne was haben wir warte mal was haben wir eigentlich als optionale ziele blassröckigen wacheneinsatz 10 und vier wachen mit einer art mit einer art serie kürt gehen ok so dann haben wir mal drei weg die sollen sich jetzt schön mal da also die springen sich gerade mal so ein bisschen selber weg ich beobachte das nur gerade mal ganz kurz das war keine absicht das war zu viel geht nicht wieder rein schön gut mal kurz mal kurz gute nacht mal kurz gute nacht mal kurz gute nacht geht leider nicht als attentat glaube ich mal kurz da durch das bestimmt noch mit ihm um eine mal kurz mal kurz Komm her, her, her. Aua! Warte, was will passieren? Uiuiui. Du musst natürlich jetzt das... Du hast dich mehr oder weniger schon mal selber gerade so ein bisschen, äh, da hast du dich gerade so ein bisschen selber, ähm, ein bisschen selber kaputt gemacht. Gut, okay, dann haben wir die Aufgabe, den ersten, das erste Fass haben wir, kümmern wir uns mal um Fass Nummer 2. Gehen wir mal da links hin. Ich meine, hier gibt es immer mal wieder irgendwelche Sperr, kleine Sperrgebiete. Aber wir kriegen ja schon irgendwie hin. Keine Sperrgebiete, das ist das. Oder? Oh, das sind wir fein, ne? Bisschen aufpassen jetzt gerade. Ich hab die jetzt tatsächlich schon gesehen. Könnt gerne auch mal runterkommen, ey? Also das Fass scheint wohl da drin zu sein, in dem, äh, äh, die sind ein bisschen getriggert jetzt gerade oben, die zwei. Soll mal ruhig ein bisschen runterkommen, jetzt ist es halt nicht schlimm, soll herkommen. Das war natürlich jetzt total toll, dass ich... Ja, das war nicht gut. Dadurch, dass der sich auch ein bisschen länger gebraucht hat, bis der da irgendwie mal auf die Idee kam. Ey, ich könnte da mal. So, wie viel haben wir denn vier Wach mit einer Attentats-Serie töten? Aber wir müssen vier Stück auf einmal töten. Okay. Ich hab hier gar nichts gemacht, Alter. Wie viel ist das denn, wie viel ist das denn? Oh, wo bist du? Tschüss. So. Okay, gehen wir weiter. Wir brauchen jetzt noch... Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig an einem... Alter! Alter! Wie fachs jetzt? Wie fachs jetzt? Geh aber weg da! So, ist mal gut jetzt. Ich dachte, ich hätte das schon unten jetzt gehabt. So. So, jetzt ist mal gut da. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen regenerieren. Oh. Das ist gar... Vielleicht gar nicht so doof. Äh, so schlau da jetzt mal aufhin zu gehen. Vielleicht die Mission machen. Wo liegt der... Tschüss. Gut, ihr sucht noch. Aber ihr wisst nicht, dass ich hier verstecke. Wenn ich mich versteckt habe. Ja, ich muss... Alter-Serie heißt ja quasi... Hier auf einmal, ne? ... ... ... ... ... Ich würde zumindest gerne die optionalen Ziele mal machen. Ich fachs jetzt. Ja, doch! Ich habe nichts zu tun, Idioten! Gut, äh, okay. Wir sind voll im Sperrgebiet drin. Wir sollten mal durch hier rausgehen aus der Nummer. ... ... ... ... ... ... Ach, das sind Verstecke. Das sind Verstecke. Das sind keine Verbindeten. Das sind Verstecke. Das sind keine Verbindeten. Da war ich mal gerade was ausprobieren könnte. Ja, komm. Lass es erstmal so sein, wie es ist. Wir holen uns die drei... äh, das ist fest jetzt. Das ist da oben irgendwo. ... Ihr macht euch jetzt mal schön untereinander mal kalt. ... ... ... So, zwei. Ist es mittlerweile oder wat? ... 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 Nationale Ziel haben wir. Ich habe noch 3 Schlaffpfeile. Gute Nacht. So, du musst auch noch schön schärfen gehen. Ach, geht doch nicht hoch. So, ich werde die Zwergen, ich bin schon wieder weg. So, Nummer 2. Ich meine, das letzte, die sind jetzt ja... So, ich soll ja 4 Wachen mit einer Attentatsserie töten. Ich hoffe, dass ich jetzt quasi noch einen... Ich weiß nicht, ob das jetzt als Wachen zählt, wenn ich jetzt einfach random irgendwelche Feinde kille. Oder ob ich... Äh... Warte mal. Warte mal. Oder ob ich sein muss... Warte mal, das sind ja noch mehr, ne? Ich weiß nicht, ob die da stehen doch jetzt, oder? Naja... Hm? Wie sind denn die? Was sind die denn? Ne? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Was sind denn die Feinde? Ist doch nicht oben, ne? Nein. Warte mal. Hm. Ich kann vollkommen komplett, wenn wir es nicht hinkriegen. Wahrscheinlich nicht in der... Warte mal. Warte mal. Hier sind doch schon wieder Feinde. Ich hab doch... Ist hier doch Feinde auf und auf der... Da? Zählen die nicht? ich habe doch viel übereinander ich habe jetzt viel dann noch gemacht warum man hat sie also hat der serie ist klar aber warum sehen die nicht also zählt sich als wendem ok verstehe das ist dann wahrscheinlich tatsächlich so dass ich die töten muss die genau diese kisten bewachen ok gut zu wissen ok gut zu wissen ja du wirst aber kein schott haben den habe ich gar nicht gesehen ich wollte eigentlich jetzt gar nicht zum lagerhaus ich wollte jetzt eigentlich was anderes machen hallo ja geh runter alles gut du hast ja ja so eigentlich wollte ich kein klackhaus klauen jetzt ich wollte eigentlich die mission machen das ist ja 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 ich wollte in kein lager ausmachen ich wollte euch töten ihr säckel na gut machen wir uns in der nächsten folge zu ende würde ich sagen machen wir uns in der nächsten folge zu enden also wir müssen tatsächlich noch vier wachen mit einer art serie töten das machen wir auch wie gesagt oder versuchen wir es in der nächsten folge zu gehen bis dahin und auf wiedersehen mal letztens mit der assassin's queen black flag und vielleicht dann zum letzten mal auf der playstation 4 bis dahin tschüss